Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Paytolose und begrüße euch zu meinem Video. Zu Beginn der Woche habe ich ein Video hochgeladen, wo ich Shine Greymon spiele und ich bin mit diesem Deck sehr zufrieden, bin da bei den Locals mit 4 zu 0 durchgegangen, habe quasi jedes Spiel gewonnen und möchte euch gerne das Deck ein bisschen zeigen, ein bisschen näher bringen und außerdem machen wir diese Deckprofiles auch Spaß und ich hoffe, dass ich damit dem einen oder anderen eine neue Idee geben kann. Eine Art kleines Opening gibt es dementsprechend auch, denn ich bin extra zu meinem Local Game Store gefahren, habe mir noch die Promo Packs abgeholt und mein Winner Pack. Hatte gar nicht mehr im Hinterkopf, dass ich da quasi noch vier rumliegen habe, aber um somit zu öffnen und ich hoffe diesmal ehrlich gesagt auf einmal Metal Greymon, daher ist das immer noch mein Lieblingsdegemon von eines, die man hier rauskriegen kann und ein wenig auf Diaboromon. Wenn ich jetzt mir so recht überlege, würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit den Openings der Packs an, da bin ich auch selber interessiert, was da drin ist und ja, fangen wir einfach mal mit das Thema Battle Pack, machen wir Sitz auf und fangen wir mit diesen vier, äh, wie heißen die eigentlich? Official Tournament Pack. Gut, ich habe da hinten auch irgendwie fancy Namen, egal, machen wir einfach mal auf. Meine Achillesferse sind immer noch die Booster. Ich hoffe einfach diesmal auf schwarzen Stuff, aber wir haben einmal einen Miotismon, finde ich jetzt nicht so cool, habe ich schon einmal für die Sammlung. Alter, das schwarze Zeug, das neidet mich einfach. Ich bin echt nicht mit Glück gesegnet. Ach doch, ich dachte gerade schon, das wäre noch ein, äh, wie heißt das, ein Miotismon? Ne, ist ein Miotismon, muss mir gerade selber mal zum ersten Mal die Effekte durchlesen. Onplay Trigger, D-Digivolve One und One of your Ponds Digimon. Okay, äh, ist jetzt nicht so berauschend, ist auf jeden Fall, ja, kann man machen. Die Abwohren, wenn mir lieber, ich glaube, das Miotismon ist auch das Schwächste von den schwarzen Digimon, die man da haben kann. Ah, ein Demi-Devimon, das ist noch ganz cool. Einmal mag ich die Karte selber vom Artwork her. Auf der anderen Seite ist hier halt ein Lila-Decks, ganz gut spielbar. Vielleicht sind wir ein Fehler, dass ich ganz ehrlich gesagt habe, wir wollen das schwarze Zeug haben, Diaboromon ist weiß. Dementsprechend hoffen wir auf weißes Zeug. Ja, schade. Es ist ein Keramon, aber das ist auch immer ganz gut. Man sagt, einen Heritage-Effekt, Opponents-Turn, das Digimon jetzt Plus-1000, Digi-Power. Na, ist auf jeden Fall besser als meine 3-Dem-Devimon beim letzten Mal. Und wir haben hier drin, schade, noch ein Angewohrmann. Ist zwar auch cool, ist quasi so ein Goodie to have, aber ich habe ja schon Zudomon und Angewohrmann gezogen, deswegen hätte ich jetzt auf eines der, zumindest auf Mega-Cabuterimon gehofft, aber nun gut. Es ist so schön, ein Geschenken-Gaul und so weiter und ich würde sagen, dann machen wir einfach mal weiter mit dem Deck-Profile. Einmal das Video, was ich am Anfang der Woche hochgeladen habe, wo man das Deck sozusagen in Aktionen sieht, werde ich euch hier oben rechts hinpacken. Auf der anderen Seite möchte ich vorher gerne vorweg sagen, dass das Ganze sozusagen nur meine Sicht der Dinge ist. Ich spiele meine Decks generell. Ich sage mal ein bisschen, ja, anders bzw. habe eine andere Auffassung von manchen Karten. Möchte dementsprechend nur Denkanstöße geben und euch hier nicht meine Meinung aufdrücken. Also habt das bitte im Hinterkopf und nicht, dass es nachher heißt, ja, aber du hast ja gesagt, das muss ja so und so. Nee, das ist nur meine Meinung und ich möchte nur Tipps geben. Ich selber zum Beispiel schauen mir auch gerne Deck-Profiles an, aber nicht, weil ich einfach eine Liste eins zu eins kopieren möchte und mir keine Mühe bei dem Spiel geben möchte, sondern einfach, weil da manchmal Sachen erläutert werden, gezeigt werden, an die man selber nicht denkt, die man übersehen hat, wo man sich denkt, ach ja, hätte ich auch selber drauf kommen können. Also das ist auch mein Grundgedanke, dass da jemanden einfach nur neue Ideen geben, sozusagen. Da es sich hier um ShineGreymon handelt, würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit den Taman an. Und zwar haben wir die hier. Wir fangen an, ich habe viermal gespielt, den vierer TK. Die Karte ist einfach viel zu gut. Ich habe sie am Anfang erst dreimal gespielt, habe dann aber gemerkt, das ist zu wenig, weil ich möchte sie eigentlich konstant auf der Starthand haben. Und ich sag mal, mit dem Wissen darum habe ich auch das Deck so ein bisschen konzipiert. Da kommen wir gleich noch zu. Das Wichtige hier ist aber einmal, dass er uns jede Runde mit mindestens drei Memory starten lässt, aufgrund von seinem Effekt. Das heißt, wir möchten den halt auf der Starthand haben, möchten uns aus der Security wichtige Sachen rausfischen. Diese Karte ersetzt sich ja sozusagen selbst auf der Hand, was schon sehr, sehr gut ist. Wir spielen halt auch nur gelbe Karten, weswegen wir hiermit eigentlich immer nur, naja, sozusagen Plus machen, beziehungsweise Ausgleich. Wir haben ein Thema auf dem Feld, weiterhin die volle Security, eine andere Karte dafür auf der Hand. Das finde ich für eine sehr, sehr gute Karte. Und der Sinn des Ganzen ist eigentlich, dass wir unseren Gegner, ja wie soll man sagen, von Anfang direkt Choken auf einsetzen, da wir so einen gewaltigen Vorteil gewinnen, beziehungsweise einfach Zeit gewinnen, um unser Setup zu machen. Wie gesagt, vier Stück. Scheint erstmal viel, aber wenn ihr aus der Security kommt, können wir uns damit noch was rausfischen. Das ist ziemlich gut im Late Game, wenn man irgendetwas sucht. Also ich bereue es eigentlich nicht, dass ich davon vier Stück gespielt habe. Dann machen wir weiter mit Kari. Davon spiele ich nur drei. Ich hatte vorher vier drinne. Das Problem bei Kari ist aber einmal, diese Playkost von drei sind manchmal sehr, sehr doof. Da kommen wir gleich noch zu. Aber man spielt diesen Tamer halt aus und hat am Anfang nichts davon. Und sobald der Tamer halt auch auf dem Feld liegt, wird unser Gegner sich jetzt, ehrlich gesagt, mindestens dreimal überlegen, ob er uns angreift, da er uns nicht dieses zusätzliche Memory geben möchte. Das ist ein extrem guter Thema, ja, und auch mein Lieblingsziel eigentlich mit RiseGreymon, aber mehr als vier fand ich, waren einfach unnötig und sind eigentlich eher eine Art Behinderung. Um es mal so zu sagen. Dann haben wir noch den zwei Artikel aus dem Starterdeck. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mein Deck zusammengebaut habe, hatte ich im Hinterkopf, dass ich nur auf, also drei von den Spielen, ähm, ja, habe dann während des Spiels festgestellt, okay, und du hast doch noch vier drin gelassen. Ich würde den ehrlich gesagt auf drei Karten, da, naja, einmal elf Tamer sind einfach zu viel. Zehn sollten eigentlich auch ausreichen, denn ShineGreymon funktioniert meiner Meinung nach dem Prinzip so viele Tamer wie möglich, so wenig wie nötig. Und da bin ich persönlich halt ganz gut gefahren. Was das Coole an diesem Tamer ist, er wird ja für zwei ausgespielt. Das heißt, für das Joken ist das sehr, sehr gut. Und, ähm, der Effekt, dass alle unsere Security-Digemone in der Gegner schon nur plus 2000 kriegen, ist ehrlich gesagt ein Effekt, der nicht so oft, ja, wie soll man sagen, gekommen ist, wichtig war. Also, entweder haben wir halt gegen Sachen gekämpft, die sowieso gestorben werden, oder die ja Jamming haben, also quasi nur die Extrem. Und ja, und dann kommen wir jetzt zu der Sache. Also, ich gehe davon aus, wenn ich ShineGreymon spiele, dass ich halt mit diesem TK starte oder den recht schnell draußen habe. Und, um einen Vorteil zu generieren, muss ich mein Gegner halt konstant auf eins setzen, da er so eigentlich nichts machen kann, außer eventuell aufs Champion-Level digitieren, ohne die Runde abzugeben. Und das erreichen wir halt mit einer Kombination, da dass wir mit drei starten, in den meisten Fällen, indem wir eine Kombination von Karten ausspielen, die vier kostet. So, ist halt in der Hinsicht dann auch ganz cool, wenn wir diesen TK haben. Wir können den einmal ausspielen, noch ein Zweier Digimon aufs Champion-Level digitieren, noch das Ultra-Level, zwei von denen ausspielen, wie ich es halt auch gemacht habe. Ist halt sehr, sehr cool. Und der Gegner ist halt auf eins gesetzt. Und das ist sozusagen auch das Problem, was ich mit Kari habe. Wir starten mit drei durch diesen TK in der Regel. Da kommen wir unten hin, damit es nicht so reflektiert. Spielen die aus. Ja, und sind dann auf Null. Das heißt, wir müssen etwas machen. Klar, es gibt noch das Torimon, was uns für eins digitieren lässt, oder gesetzte Gegner auf eins. Das haben wir aber in der Regel halt nicht da. Und auch mit mehreren Ultra-Level-DG-Monten haben wir dann das gleiche Problem. Wir geben unser Gegner einfach zu viel Memory, beziehungsweise haben damit das Choken aufgehört. Unser Gegner kommt auf einmal ein bisschen besser ins Spiel. So, das waren die Thema-D-Spiele. Insgesamt elf Stück. Wobei mein eigentlicher Grundgedanke hier war, dass ich eigentlich zehn spiele. Die elf haben jetzt auch nicht so sonderlich geschadet, aber... Na, ich weiß nicht. Zehn sind, äh, elf sind glaube ich zu viel. Zehn sind optimal, wobei wahrscheinlich auch neun reichen würden. Wobei ich allerdings nicht auf diesen TK verzichten wollen würde. Machen wir weiter mit den Digitärmann. Und zwar spielen wir da ganze fünf, da wir eigentlich recht lange Spiele haben und auf den Karten-Draw nicht verzichten wollen. Ich habe gespielt viermal Upamon aus dem aktuellen Set, beziehungsweise aus Set 1.5. Hat er den Inherited Effect once per turn when attacking if you have three of your Security Cards, trigger draw one card. Schein-Greymon ist halt wie schon gesagt ein Deck, was eigentlich erst später kommt und ein paar Angriffe abkriegen muss. Deswegen finde ich jetzt das hier die verlässlichste Variante. Ab drei Memory kommt diese... oder ab drei Security kommt das Deck halt am meisten in Fahrt. Und dementsprechend greifen wir da an, dürfen auch eine Karte ziehen. Das Deck hat allgemein recht viel Draw Power. Und ja, ich finde von allen Digitärmann ist das hier aktuell das nützlichste, was wir haben können. Was wir haben können, was wir haben können. Ich weiß nicht, warum ich heute so einen Sprachfehler habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das Beste, was wir haben. Dementsprechend das viermal. Das fünfte Digitärmann. Ich muss mal hier nehmen, damit es nicht reflektiert. Oder damit es erst recht reflektiert. Das als fünftes Digitärmann habe ich Niarromon gespielt. Wie gesagt, das fünfte ist mir eigentlich egal. Ihr könntet auch Torkomon aus dem Starterdeck nehmen oder sonst irgendeins. Der Grund, warum ich das hier genommen habe, auch wenn dieser Effekt so gut wie nie irgendwie wichtig war, oder den Unterschied gemacht hat, wenn wir angreifen und crested sind, kriegen unsere Security Digimon halt plus 1000. Und dieser Effekt ist halt verlässlich, kommt halt immer. Kupidmon zum Beispiel finde ich halt nicht sehr gut. Fünf oder mehr Security, wir dürfen eine Karte ziehen. Unser Gegner kommt da ganz leicht gegen an, kann da entgegenspielen, gegenspielen. Und wie schon gesagt, ich bin der Meinung, diese Deck ist am stärksten bei drei oder weniger Security. Dementsprechend ist Kupidmon einfach, ja, verschwendeter Platz, verschwendete Mühe. Ich weiß nicht, wie wir uns nennen soll. Ich finde die Karte auf jeden Fall nicht gut. Ich fand sie ja auch noch nie gut, wenn ich ehrlich bin. So, machen wir weiter mit dem Rookie-Level-Digimon. Wir spielen ganze 14. Das ist echt eine Menge, die ich da reingekriegt habe. Warum oder warum ich mich dazu entschieden habe und wie das mit dem restlichen Deck passt, das werdet ihr gleich noch sehen. Und zwar habe ich gespielt zweimal das Lobmon aus dem aktuellen Set. Sagt halt, für drei wird es ausgespielt. Onplay, look at the top card of your Security Stack. You may add that card to your hand, trigger... You may add that card to your hand to trigger draw one. Das heißt, wir spielen dieses Digimon aus, dürfen uns die oberste Karte in unserem Security Stack angucken. Dürfen uns anscheinend für sie auf die Hand nehmen. Wenn ja, haben wir einmal die Karte aus dem Security Plus gemacht und dürfen noch eine Karte ziehen. Das heißt, wir kriegen zwei Karten dazu, was schon sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite müssen wir damit aber auch vorsichtig sein, da wir so ein Leben verlieren und die meisten Gegner werden versuchen, gegen ShineGreymon direkt Lethal aufs Board zu kriegen. Dass sie halt mit einem Angriff oder mit einer Runde direkt uns komplett wegmachen können. Und eigentlich ist diese Karte für das Mirror und für diese Situation, die meisten Gegner greifen halt einmal an, wenn überhaupt am Anfang. Damit spiele ich das Ganze halt aus und kann dann meine Karies und alles triggern. Wie gesagt, bei drei Security fängt das Deck eigentlich am meisten an zu rollen. Und das war so der Grundgedanke dafür. Es ist etwas heftig mit den drei. Ist auch wieder eine Typenkombination, die ich, oder eine Kombination, die ich ja nicht mag. Wir wollen halt auf die vier kommen, aufgrund des TKs. Aber ich wüsste auch nicht, was wir hierfür großartig karten sollen, da die Karte noch eine gewisse Funktion hat, sage ich mal. Dann aus dem Set 1.0 spielen wir viermal Zukaimon. Zukaimon für zwei. Ja, das ist eigentlich auch schon der Grund, warum wir es halt spielen. Da wir halt wieder möglichst die Kombination mit vier kriegen wollen, können das einmal ausspielen. Ein, zwei, drei, zwei von denen können das ausspielen. Noch aufs Champion, der wir digitieren. Wir wollen ja diese Kombination von vier Memory kriegen, um unseren Gegner konstant auf eins zu setzen. Außerdem ist es halt auch ganz cool, wenn man am Ende ein bisschen mehr Memory hat, das Board damit zuspammen kann, um den Gegner, um dann für Game gehen zu können, oder den Gegner zu zwingen, halt etwas wie Volcanic Trauma oder sonst irgendwas zu spielen, um darauf zu regenerieren, genau. Um darauf zu reagieren. Dann spielen wir insgesamt viermal das Suizid Salamon, wie ich es immer so schön nenne, ist aus dem aktuellen Set. Eine Playkost von 4.000 Digipower, 0 fürs Digitieren. Das ist schon mal ganz gut, dass die die Digitationskosten nicht erhöht haben. Bringt den Effekt mit On Deletion, if you have three of your security cards, trigger Recovery plus one from Deck. Das ist halt eine sehr, sehr coole Karte. Auch wieder das Ausspielen von 4 ist zwar viel für einen Rookie, aber auf der anderen Seite können wir unser Gegner wieder auf 1 setzen. Und der On Deletion-Effekt lässt uns halt des Öfteren mal überleben, länger leben, wie auch immer man es nennen möchte. Also eigentlich konstant ab dem Punkt, wo wir auf zwei Memory sind, wollen wir uns auf drei halten. Da drei noch so diese Zahl ist, die man nicht ganz so leicht hinkriegt, beziehungsweise wo man das Verlieren des Games verhindern kann, durch Blockern als mögliche, spielen dieses Salamon halt aus, greifen an. In der Regel stirbt es mit den 2.000 und wir kriegen halt das Recovery plus eins. Das heißt, wir nehmen unseren Gegner 1 Security weg und wir bekommen noch eins dazu. Viermal. Bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich die so oft gespielt habe. Und ja, gibt es auf jeden Fall nichts gegen zu sagen. Dann haben wir noch die meiner Meinung nach mit wichtigste Karte in diesem Deck, ist ja das Buttermann aus dem Starter, der Gelb. Drei fürs Ausspielen ist nicht so geil. Wie man sieht, wir spielen viele Digimon, die mehr als zwei zum Ausspielen kosten. Das Salamon zähle ich nicht so ganz dazu, weil es ja wie gesagt vier hat. Wir damit die Kombination von vier sozusagen direkt erreichen. Hier geht es aber um den Inhibited Effect. Your turn, once per turn, when your pawns Digimon is deleted by dropping to zero Digi-Power, gain one Memory. Damit kann man halt seine Place extenden, kann seine Runde verlängern, kann ein bisschen was machen. Und was halt auch ganz cool ist, also wir haben halt viele Sachen in dem Deck, die die Digi-Power des Gegners auf null droppen lässt. Am lokalsten, was man hier erwähnen kann, ist natürlich ShineGreymon. Und wenn wir halt zum Beispiel auf ShineGreymon digitieren würden, wir haben drei Memory, kriegen eine Memory zurück, weil wir einen Patamon drunter haben, dann ist unsere Runde, können auch angreifen. Ist also ganz cool. Und wir haben halt noch andere Möglichkeiten, um die Memory, die Memory sag ich schon, die Digi-Power des Gegners auf null zu bringen. Und dementsprechend ist dieses Patamon einfach sehr, sehr wichtig und triggert halt sehr, sehr oft. So, ich hatte schon mal eine Art kleines Deck-Profile für ShineGreymon gemacht, das verlinke ich euch gerne hier oben rechts. Da bin ich auch so ein bisschen auf die Sachen eingegangen, was man in diesem Deck machen kann und hab's noch ein bisschen anders gespielt. Da könnt ihr einmal den Vergleich sehen. Und ich hatte damals halt noch Labramon drin, was halt sagt, Once per Turn, wobei war das Once per Turn? Weiß es gerade gar nicht mehr aus dem Kopf heraus. Auf jeden Fall, was sagt, wenn ein Gegner aus Digimon auf Zero-Digi-Power-Drop, dass man eine Karte ziehen darf. Der Effekt von Labramon ist ehrlich gesagt nicht so oft gekommen, was ich sehr lustig finde, da Patamons-Effekt echt oft kommen, Labramons-Effekt halt so gar nicht im Verhältnis. Dementsprechend vermisse ich's nicht, kann man aber halt auch noch auf den Level spielen und ist eigentlich auch, ich sag mal, ein Staple, austauschbares Staple, warum man's nennen will, auf den Rookie-Level. Hier einmal 4, 4 sind 8, 10, 4 sind 14, 14 Rookie-Level-Digi-Mon. Dann als nächstes die Champion-Level-Digi-Mon. Wir spielen, ich dachte eigentlich 12 Deutsch, dass wir einen TK mehr spielen und einen Champion dadurch weniger, beziehungsweise ich den TK nicht gegen einen Champion ausgetauscht habe, spielen wir 11. Wir fangen, oder den Anfang macht viermal True-Rui-Mon. Ich hoffe, immer noch was richtig ausgesprochen ist. Das ist einfach eine so, so gute Karte. Einmal das 1 fürs Digitieren, das hat in der ersten Runde sehr, sehr gut, dass wir unsere Gegner nur mit 1 abgeben. Auf der anderen Seite, wir haben viele Rookie-Level-Digi-Mon, wie wir gerade gesehen haben, die für 3 ausgespielt werden. Ultra-Level-Digi-Mon werden für 3 ausgespielt. Dementsprechend muss ich halt irgendwie auf die Typen, äh, auf die Memory-Kombination von 4 kommen. Und, äh, oder möchte auf 4 kommen. Wir haben schon 3 durch die und können dann halt für 1 noch drauf digitieren, geben unseren Gegner mit 1 ab, haben dann wieder die Memory-Kombination von 4 insgesamt, können unseren Gegner choken, aber auch so, um mal schnell, spontan hochzudigitieren. Sehr, sehr gut. Ja, eigentlich würde ich gerne mehr davon spielen, wenn ich ehrlich bin. Dann spielen wir 4 mal das Unimon aus dem Starter-Deck. Ist halt der Blocker, den Gelb hat, oder der einzigen Blocker, den Gelb aktuell hat. 2 fürs Digitieren ist halt auch, äh, sehr, sehr schön, dass wir wieder so, äh, lockerflockig auf 4 Memory kommen können insgesamt. Playkost von 5 ist auch manchmal gar nicht so blöd. Durch die Kari startet man das öfter mal mit 4 oder mehr, kann das ausspielen. Hat einen Blocker auf dem Feld, gerade auch gegen Rookie Rush oder sehr aggressive Decks, kauft uns das mehrere Runden. Ja, kann auch mal für Game gehen, ist aber eher nicht der Regelfall, aber, ja, 4 mal 4 Blocker sind, glaube ich, stable in jedem Deck mindestens. Dann habe ich noch 3 mal Geogimon gespielt, ähm, wie gesagt, eigentlich sollte es 4 mal sein, aber diese Karte ist einfach viel zu gut und ich habe sie vorher total unterschätzt. Was ich halt vorher gemacht habe, war, ich habe Repamon gespielt, Repamon wird ja für 3 ausgespielt und ist dementsprechend ein bisschen kostengünstiger oder kann halt als Rookie und als Champion sozusagen gesehen werden, was ich halt auch vorher gemacht habe, aber dieses Digimon, also ich kann gar nicht sagen, ich würde am liebsten davon noch mehr spielen. Auf jeden Fall, erstmal haben wir eine Playkost von 4, die ist natürlich höher als die 3 von Repamon, allerdings haben wir damit genau wieder diese 4, können unseren Gegner direkt auf 1 setzen. 2 fürs Digitieren, ganz normal für den Champion, aber damit kommen wir halt auch super auf die Kombination von unseren 4 Memory und der Inherited-Effekt ist einfach das, was man nicht unterschätzen darf. When attacking, if you have 3 or more Yellow Tamers in play, one of your opponents Digimon gets minus 2000 Digi-Power for the turn. Ich bin ehrlich, ich habe auch am Anfang gedacht, das ist so, ja, okay, 2000, ja, was soll das jetzt bringen, so großartig, ne? Aber glaubt mir, das ist richtig, richtig gut. Also einmal können wir damit halt, wenn wir angreifen, diese ganzen kleinen Rookies wegkriegen, wie das Wemon mit Jamming, das Gabumon, was eine Karte zieht, das Salamon, was wir auch spielen und was weiß ich nicht noch alles. Das ist schon mal sehr, sehr gut, dass wir halt einen Buddy wegkriegen, womit wir auch wieder Patamon triggern können. Aber es sind meistens genau diese 2000, die mich davon abhalten, ein anderes Digimon zu killen, weil diese 2000 einfach fehlen. Wir gehen mal kurz davon aus, Blocker mit ihren 6000, manch ein Ultra-Level-Digimon mit 6000 oder auch wenn wir so gegen sowas wie Ragnalordmon spielen, das sind halt genau diese Werte oder das, was einem fehlt, wofür man noch ein zusätzliches Thema bräuchte. Das heißt, ich bräuchte normalerweise zwei Thema, um einen Blocker zu killen. Und hiermit brauche ich das halt genau nicht. Das sind meistens eben diese Sachen, die dann doch noch einen Digimon killen sozusagen, die dafür sorgen, dass ich halt ein Thema weniger brauche und mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Das ist einfach viel zu gut, zumal die sozusagen auch stacken können, wenn wir drei davon im Spiel haben. Auf jeden Fall, damit kann man einiges machen. Ich glaube, das sieht man auch in dem Video ganz gut, was ich euch ja am Anfang verlinkt habe. Ach, ich bin ehrlich, was soll's. Drei Videos kann man, glaube ich, pro Video verlinken. Dementsprechend verlinke ich euch das nochmal hier oben rechts. Guckt euch gerne an. Man sieht auf jeden Fall, was dieses Geo Remon kann. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Karte. Werde allerdings noch eine zusätzliche Reintun und dafür einen TK raus. Bevor das ihr mal missversteht, den 2er TK, nicht den 4er TK. So, machen wir weiter mit dem Ultra Level Digimon. Und zwar viermal ein Rise Greymon. Ich würde sagen, Standard, ganz normal. Acht fürs Ausspielen, das ist schon etwas heftig. Möchte man so nicht machen. 7000 Digipower ist cool, da wir da so auch über Blocker kommen. Und 7000 ist diese statistische Zahl, womit man die meisten Security Checks überleben kann. Drei fürs Digitieren, das ist natürlich wieder ein bisschen doof, dass wir den Gegner dann nicht so effizient schopen können, außer wenn wir noch Toruimon haben oder wir irgendwas machen können mit Geogrimon, dass wir vielleicht noch Memory durch Patamon kriegen. Aber die Karte ist halt das, was meiner Meinung nach Schein Greifern auch so stark macht. Einmal, when digivolving, you may play one yellow Tamer card from your hand without paying its memory cost. Any on-play effects on a Tamer plate with this effect don't activate. Wie gesagt, meistens nutze ich diesen Effekt halt, um Kari ins Spiel zu kriegen, da ich den 2er TK halt nutzen kann, um meinen Gegner zu choken. Den 4er TK spiele ich meistens lieber so aus, um halt was aus der Security zu fischen. Aber mehr Tamer sind halt immer gut für uns und in der Regel brauchen wir mindestens drei auf dem Feld, die möchte ich auch so schnell wie möglich haben, damit halt unsere ganzen Effekte triggern sozusagen. Und der Inherited Effect in your turn, weil you have three or more yellow Tamers in play, this Digimon gets Security Deck plus one. Das ist auch sehr, sehr wichtig und wir ziehen unsere Spiele sowieso schon in die Länge, mit ShineGreymon. Dementsprechend wollen wir eine Möglichkeit haben, um schneller unseren Gegner besiegen zu können und genau das macht halt dieses Security Deck plus eins. Alles in allen eine sehr, sehr gute Karte. So, dann habe ich noch gespielt zwei Sirenmon. Sirenmon hat auch das, um halt schnell digitieren zu können, für zwei digitieren wir auf dieses Ultraliveldigemon. Das ist halt sehr, sehr gut, sehr effizient. Die 6000 sind ein bisschen wenig, ist aber auch wieder etwas, was auch viele andere Decks spielen, zum Beispiel Monzaemon oder wie heißt das? Groundramon. Da hätten wir halt hier ein Beispiel für halt Georgrimons Effekt. Wir greifen an, minus 2000, das Digimon ist nur bei 4000, ein Thema reicht halt. Der Grund, freuen wir das über, dass Antillamon, oder ich glaube Antillamon heißt, digitieren, äh, Quatsch, nochmal von vorne, warum wir es anstatt das anderen Digimon spielen, was für zwei digitiert, sind halt die Playkost von fünf. Das tut nicht ganz so weh, teilweise auch im Late Game, wir können es einfach ausspielen, direkt drauf digitieren. Ist halt super machbar. Alles in allem eine coole Karte und es ist mir echt schwer gefallen, davon nicht doch vier zu spielen, wie ich eigentlich erst vorhatte. Der Grund dafür ist, dass ich zwei Chacomons gespielt habe oder beziehungsweise spiele. Chacomons selber ist, kann halt auf blau oder gelb digitieren für drei, drei ist zwar wieder eine doofe Zahl, aber nun ja. Ist aber aktuell die einzige Karte, die ich in dem Deck gesehen habe, gegen wirklich Rookie Rush, denn es geht hier darum, Opponents Turn, out of your opponents Digimon, mit no Digivolution Cards, against Security Deck minus one. Rookie Rush ist halt ein Deck, was sehr, sehr schnell das Board vollkriegt und wir könnten halt in einer Runde überrannt werden. Dieses Digimon können wir halt hard playen. In den meisten Fällen kann so ein Gegner nichts dagegen machen, denn Rookie Rush wird in der Regel, auch wenn es andere Varianten gibt, wird halt blau-grün gespielt und dementsprechend haben sie die in der Regel kein Removal. Das heißt, selbst wenn wir in der ersten Runde das Ding für acht hard casten, kann so ein Gegner nicht sehr viel machen. Klar, die könnten Corsitis Breath spielen, dann geht das Ding wieder auf die Hand, wir können es aber wieder ausspielen. Viele spielen mittlerweile der Positron Laser, er baut uns das Ding auch wieder zurück auf die Hand, wir können es wieder ausspielen. Also, ich bin ehrlich, ich habe noch nicht ein einziges Mal seitdem 1.5 draußen gegen Rookie Rush gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Karte halt was dagegen bringt. Ansonsten würde ich halt noch zwei Syramon mehr spielen, aber ich wette genau, ob in diesem Moment, wenn ich diese zwei raus tue und dafür noch zwei Syramon reintue, komme ich bestimmt nur noch gegen Rookie, oder werde ich nur noch gegen Rookie Rush gepaart. Dementsprechend lassen wir es einfach mal so. Acht Ultra-Level-Digimon, acht ist so eigentlich die Standardzahl, zehn wäre natürlich besser, aber wir brauchen halt Platz für die Tamer und so können wir eigentlich verlässlich auf die höheren Level digitieren. Kommen wir zu der Karte, nach der das ganze Deck benannt ist, und zwar Shine Greymon. Shine Greymon ist einfach ein absolutes Pieces. Einmal, When did you evolve and suspend all of your little Tamers? For each Tamer you suspend is to activate the following effect. One of your opponents Digimon gets minus 4000 Digi-Powerful to earn. Das heißt, wir digitieren, tappen alle unsere Tamer, geben unseren Gegnern quasi einen Boardwipe und das ist halt das Coole. Auf der einen Seite, es ist ein Setup-Deck, Setup-Decks mag ich sehr, aber wir sind sozusagen mit unserem Gegner gleich auf. Unser Gegner hat dann auch ein gewisses Setup gemacht, aber wir digitieren auf Shine Greymon, resten all unsere Tamer und geben den Gegner quasi einen Boardwipe. Das heißt, wir sind einmal noch da, wo wir vorher waren. Vielleicht sogar besser, weil wir jetzt ein starkes Mega auf dem Feld haben. Unser Gegner ist aber zurückgeworfen. Und der Gegner kann halt auch herzlich wenig dagegen tun. Klar, er kann uns irgendwie vorher unter Kontrolle halten. Wir können aber in unserem Raising-Area können wir vorher aufs Ultra-Level hoch digitieren, rausziehen, digitieren. Er kann es halt nicht verhindern. Anders als zum Beispiel als starkes Gegendeck oder als Gegenwahlspiel Ulfos Vedramon braucht halt auch ein gewisses Setup, aber ja, unser Gegner hat bis dahin auch ein Setup gemacht, wo wir halt nicht dran vorbeikommen. Wenn unser Gegner zum Beispiel viele Blocker da liegen hat, da gibt es halt keinen Ausweg, sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten 11.000 Digi-Power war sehr, sehr cool, da wir so nicht anfällig sind für Banschus Dingmon. Viel fürs Digitieren ist eigentlich zu viel, kann hier aber auch ganz cool sein, da wir unser Gegner so nur mit 1 abgeben. Und ansonsten durch Patamon kriegen wir in der Regel eigentlich in My Memory zurück. Dementsprechend kann man sagen, digitiert es für 3. Ansonsten noch, Yota and this Digimon gets plus 1.000 Digi-Power for each Temer you have in play. Wir haben in der Regel eigentlich mindestens 3, 4 im Game, womit wir halt auf die einmal magischen 13.000 kommen, womit wir stärker sind als die meisten Digimon, können aber auch ohne Problem auf 16.000 oder höher kommen, womit wir halt keinen Digimon-Security-Check fürchten müssen. Ansonsten, da 4 Megalevel-Digimon ein bisschen wenig wären, habe ich noch 2 slash Angamon reingetan. Slash Angamon, wenn es digitiert, oder when Digi-Volving, one of your Ponds Digimon gets minus 8.000 Digi-Power for the Term. Kann halt auch cool sein, wir digitieren, dürfen noch eine Karte ziehen, haben einen Buddy auf dem Feld und können unseren Gegnern auf was wichtiges wegschnipen, meistens Ultra-Level-Digimon, kriegen vielleicht durch Patamon noch Memory wieder, können auch größere Sachen killen durch die Kombination Geogremon und die minus 8.000, das deckt halt irgendwann. Ja, ich bin mit diesem Digimon nicht komplett zufrieden, ich wüsste aber auch nicht, was die Alternative wirklich ist. Klar, wir könnten sowas wie Klevis Angamon spielen, aber ich weiß nicht. Also ich bin damit noch nicht zufrieden, klar, es erfüllt irgendwie seinen Zweck, aber diese 8.000, ich greife dann einmal an, meistens ist es danach weg und ich weiß ja nicht, ob man dadurch wirklich was gewonnen hat. Eine andere Alternative wäre noch Mastermon, wäre glaube ich ganz cool, die mal auszuprobieren. Naja, muss man halt mal gucken. Wie gesagt, ein Partner ist auf jeden Fall meiner Meinung nach wichtig, dafür, egal, der wird Digimon einfach viel zu wenig werden, dementsprechend Slash-Angemon, aber ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist, wodurch man Slash-Angemon ersetzen kann, da ich mit dem halt nicht ganz so zufrieden bin. So, das war das Deck, wie ich es gespielt habe und wie man sieht, ich spiele halt keine Option-Cards in diesem Deck. Warum ich die nicht spiele, ins Javelin gespielt, ist eine coole Karte, Glorious Burst, ist halt einfach busted, wenn man die hier hat. Teilweise wird der Glorious Burst für drei oder weniger ausgespielt, das ist schon echt krass. Und das ist auch nicht so, als wären die Karten schlecht gewesen, um das mal so zu sagen, da sie halt ihren Zweck erfüllt haben, ins Javelin killt am Anfang halt die Sachen, lässt eine Karte ziehen, Glorious Burst killt die großen Sachen, aber ich habe diese Karten halt rausgenommen, da ich dafür mir Digimon reintun wollte, da ich das Gefühl hatte, okay, mir fehlt es irgendwie schnell hoch zu digitieren, da ich so auch Karten nachziehe und irgendwie halt an meine Tamer kommen muss. Und ich bin halt der Meinung, auch wenn die Karten ihren Zweck erfüllt haben und sozusagen die Sachen rausgezögert haben, hätte ich an dieser Stelle halt ein Digimon gehabt, hätte er hoch digitieren können, wäre es aufs Gleiche hinausgekommen, dass ich halt ein Buddy auf dem Feld habe. Ich bin der Meinung, oder so sehe ich das, so Karten wie ich zähle auch mal Puppetmon dazu oder halt Option Cards, Removal Cards, das Problem ist halt, wenn ich in einer nachteiligen Position bin, wo ich sie einsetzen muss, gebe ich dem Gegner halt so viel Memory, dass die Situation, nachdem ich die Karte ausgeglichen habe, ausgeglichen ist, so viel Memory, dass er die Situation danach wieder herstellen kann. Wie gesagt, ist halt meine Meinung und ich habe halt, ja, wie soll man sagen, ich weiß halt, welche Karten ich dafür reingetan habe, für Glorious Burst, Aiden's Javelin und so weiter und so fort. Und auch wenn ich mir meine Matches angucke, da ich ja viele aufnehme, um daraus eventuelle Videos zu machen, die ich hochladen kann, ist mir halt aufgefallen, dass es halt an diesen Stellen an Sachen gefehlt hat und die Karte, hätte ich das entsprechende Digimon gehabt, was ich durch die Option Cards ersetzt habe, wäre es aufs Gleiche, und das kommt nur, dass ich halt ein besseres Board gehabt hätte. Klar, haben mir die Karten auch gute Dienste erwiesen, aber es waren halt so Situationen, wo ich halt sage, okay, ich warte jetzt auf einen Champion- oder Ultralabel-Digimon, damit ich halt hochdigitieren kann aufs Mega, weil mir dieses eine Schlüsselstück sozusagen gefehlt hat. So, mein Gegner hat halt ein Ultralabel da liegen. Ich spiele eben's Javelin, kill ihm das Ultralabel-Digimon, gebe ihm aber, ich glaube, vier Memory oder sowas müsste ich ihm geben. So, ich hab kein Digimon auf dem Feld, beziehungsweise bin ich weitergekommen, hab ihn verlangsamt, aber dadurch, dass ich ihm jetzt so viel Memory gegeben habe, hatte er das gleiche Ultralabel so ungefähr wieder da liegen. Das heißt, ich war wieder in der gleichen Situation und das ist halt das, was ich da mit meinen dementsprechenden Spielen und ich halt lieber mehr Digimon kann konstant hochdigitieren, bin dadurch schneller, gerade am Anfang und es reicht eigentlich in der Regel, dass ich schnell auf vier Tamer komme, um meinen Gegner am Anfang unter Kontrolle zu halten und kann dann immer ShineGreymon nachlegen. Ja, ich halt auch schnell hochdigitieren kann, mehr Karten nachziehe, durch den TK, das Ganze sehr effizient, den Gegner schoken. Ist halt meine Meinung zu dem Deck. Für mich ist es ganz gut gelaufen, zumindest auf lokaler Ebene. Ich bin halt auf der Suche nach einem neuen Partner für ShineGreymon. Möchte hier nochmal den Aufruf starten, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, eine Alternative für Slash angewohnt, vielleicht habe ich irgendwas nicht im Kopf. Und würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und wir machen das nächste Mal ein weiteres Gameplay-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, das Deck ein wenig näher gebracht und meine Sichtweise, vielleicht könnte ich am einen oder anderen auch einen Tipp geben, den er, ich sag mal, unbewusst gesucht hat, sozusagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.